Hier und jetzt, da ist auf jeden Fall eine Entscheidung gefallen auf beiden Seiten, wurde gewechselt und der Snap-Man-Takedown. Genau, von Lights, Camera, Jackson, aber der ist hier nicht zum Ende gekommen, stattdessen Lucky Kid unnachahmlich. Lights, Camera, RUN! Und das wird die letzte Raucherpause sein, in dem ihr uns ohne Gold um die Hüften seht. Dieses Jahr habe ich mir einiges genommen. Ich habe The Max, Heimatstadt, Hamburg City genommen. Ich habe Kevins große Liebe, die Mella genommen. Ich habe Tims ekelhaftes Glubschauge genommen. Und am Samstag haben wir beide uns die Tag Team Belts von Ringkampf. Vor allem, das dann, Melanie Gray unter die Nase zu reiben, wird sie sich nicht entgehen lassen wollen. Und jetzt hier schon der Vorarmabtausch. Mitten im Ring die Schläge der beiden Wrestlerinnen und der Kick von Killer Kelly. Und das nie an den Schädel von Bounce und beide liegen jetzt auf der Matte. Du Abfahrt! Oh! 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 Ahhhh